Hier bin ich am Lake Naimasha und vor mir unglaublich Schiraffen und nochmal hier Waterpacks. Noch ein Waterpark. Ungefassbar schöne Landschaft. Crescent Island. So, wie man sich die Busch-Landschaft richtig vorstellt. Und das, das ist mein Guide. Guiding me through this really nice area. Very safely. Und die schönen Giraffen. Irgendwie sind alle mit Essen beschäftigt. They are all busy eating, all of them. Das Landsteil, ja. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir mit mir anfangen sollen. Egyptian Goose. Ich beziehe ihn da auch zu zweit. Immer zu zweit. Egyptian Goose live in pear, right? Yes. Geese. Also Geese eigentlich. Und da ist noch so eine schöne Regio da oben. Die Moods. Des Busches. Und da hinten kommt ein kleines Gewitter. Und deshalb muss ich mich beeilen. Außer dann sehe ich da hinten schon. Are these buffaloes or gnoos? Gnoos. Gnoos. Und die muss ich mir jetzt auch noch anschauen. Gnoos. Gnoos und der Begrünen. Endes Gnoos. Vielen Dank.